Die Frage ist wo, oder? Tief nah an der Swordwand. Und zwar nicht zu sagen, nur 1,4 Kilometer. Hier ist das Held. Und da ist was drin. Was zur Hölle. Was ist denn? 5-Round-K-SVK. Ich möchte irgendwie lieber die AKM anstatt die... SA. 58. Auch wenn ich die mag, aber ich mag das Visier nicht. Warte mal, na. Ja, da lasse ich mich umrauen. Da bin ich ja sogar manchmal von jeglicher Zivilisation entfernt. Hallo? Zombie? Warte. Warte. Ich glaube, das jetzt alle, wo ich hier bin. Ähm. Lauf. Lauf schneller. Ich sollte vielleicht auch nebenbei noch die Map aufmachen, sonst bringt mir das nicht viel. Ähm. So, Map. Äh, und zwar bin ich... Ähm, wo genau bin ich da jetzt? Da müsste ich sein. Vielleicht mal so. Ja, so sollte das passen. Okay. Weiter geht's. Copy da rum! Die wollen aber nicht. Alle meine Muni-Paschassen gleich. Hast du noch nicht wenige Zombies gezogen, oder was? Wie oft will diese Meldung da unten jetzt noch kommen? Die gehen ja, komm auf den Sack. Illegal copies may degrade. Ja, 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 ich weiß doch. Ich hab da keine. Weapon Machede. Warte, kann ich nochmal schlagen? Komm. Boah. One hit. What? Ich schlacke mit der Machede. Ach, mit der Machede. Machede. Das ist eine Machede, Alter. Ah. Die Machete. Machede. Machede. Ja, komm. Ich hab wirklich ganz im Norden, ne? Ich hab so ne halbe Stunde nach Bokuta laufen müssen, ne? Ach, was ist das Flugzeug, das aufgestürzt da? Komm, lass mich irgendwo nach einem Süden sparen. Außer bei Old Samuel. Und auf der rechten Insel. Und nicht im Norden. Ja? Let's me. Fuck you. No, 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 no. Oh, 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 oh. Nein, ich bin auf der falschen Seite. Boah, das gibt's doch nicht. Da bist du wieder. Nein, ich weiß schon, wo du bist. Nein, da steht ein Boot, aber das ist wahrscheinlich mehr leer. So, wahrscheinlich. Und einzig, was ich hier finde, ist so was blödes, wie so ne Starnak Munitionskiste. Boah, wenn wir denn so was haben. Ähm. Wo ist das Wasser? Da ist irgend so ne Stadt hingetrümpelt, die nicht verzeichnet ist. Ja, darf ja sein. Oh Gott, hier ist Fire Station. Was ist hier los? Was ist hier los? Boah, zum bisschen geht mir ja kaum auf den Keks, Alter. Meine Herren. Gut, da in diese Tür kommt man definitiv nicht rein. Okay. Ist so drei Meter in der Höhe, der Eingang der Police ist. Wie, du kannst es nicht mal nicht da hoch springen? Dann schaust du mich ja noob, oder? Besser. Echt mal. Vor der Noob. Äh, wie soll man hier reinkommen? Ach, hier geht's rein. Okay. Wann ich hier überhaupt was? Ich bin so ein Wart. Ah, mal sehen, wo er mich mein Weg führt. Oh, äh, ja. Ja, der Weg wird kein leichter sein. Nein, der Weg wird steinig und schwer. Wobei, hier ist ja eher Schnee befallen und schwer. Ja, danke. Ist ja so eine Stadt hier. Wo hast du denn? Ja? Nein, ich hab vorhin schon einen, danke. Ja, dann. Hm? Was ist das denn? Kein Gin am Boot. Ich hab nicht Glück gehabt. Mit was spawnt man denn jetzt? Immer noch mit der SA? Oh, mit der SA, ja. Okay. Wo hab ich denn? Minus 4000, ja. Äh, ich hab minus... 9200. Oh. Ah, das hat wohl funktionieren, komm. Äh. Er schwimmt gleich wieder rüber, ich will schon. Dann wieder weg ist es. Ähm nicht. Ich hätte für mich einen hohen Amüsementfaktor, muss ich sagen. Alter, hier ist doch gar nicht so steil. Lauf los da, Junge. Ich bin jetzt gleich bei der Southern Army Base. Ich bin jetzt ein hohen Amüsementfaktor, muss ich sagen. Das schwimmt ein Zombie... Boah, da muss ich ein Foto machen, eigentlich. Aber es klappt ja nicht so richtig. Da schwimmt ein Zombie, ein drücken Pfeiler rum. Da hat er mit 10 Metern in der Luft. Na toll. Und jetzt! Was ist denn, Alter? Strange Streng? Strange Strange Kommt hier Zombies Oh weh, ich schwimme jetzt umsonst ins Boot Do I come back with this? Gut, dass hier nix spawnt Verlazi Jaja, komm, heurum Wir nehmen zwei Barakten und das spawnt nix Schlimm ist, dass man doch nicht schnell schwimmt Der meinte wieder diesen langsamen Schwimmer machen zu müssen Weil du halt nur Seepferdchen hast, weil der Watt ist denn da? Ich schwimmte ja, ich schwimm über Wasser Ich schwimm vor allem über Wasser Da liegt ein Zombie in der Luft Einfach in zwischen den Drückenpfeilern So in mir Das sieht so geil aus Dahinten ist auch wieder einer Alter, was ist das? Da sind überall Zombies zwischen den Drückenpfeilern in der Luft Um schwimmen Boah, jetzt schwimm schnell, Alter, ich bin kurz dran Wir sind doch nur noch fünf Meter zum Boot Ach, du schwimmst grad zum Boot Ah, jetzt endlich Boah, ich steh noch nicht davon aus, dass das was drin ist, ne? Boah, jetzt sind wir langsam Boah, ich will das nicht Ich will das nicht Ich will das nicht Boah, weh, das geht nicht Ich will das nicht Ich will das nicht Das geht doch nicht 40 Meter noch Bist du im Boot? Hm, 35 30 35, äh, was? 35 40 Oh, muss ich einsteigen Komm 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 jetzt Ab zu Saraya Army Base Ah Boah, das ist doch drin Ganz wenig So ein Fischerboot, aber egal Oh, mit 14 Stundenkilometer kurvt der jetzt auf die andere Seite, ne? Ja, das ist egal, reicht Und jetzt sei ja mal Hauptsache du sitzt da rum, weil... Alter, wie langsam ist das? 14 Da kann ich gar nicht schwimmen, Nino Meinst du, warum ich die Dinger immer meide? Weil ich da mit einmal schon mal irgendwo rumgeguckt bin und mir danach dachte, nie wieder Fischerboot Die Dinger können ja gar nichts Scheiße, ich hab da was drüber, ey Ich hab da helfen das Schwimmen gedacht Vielleicht ist irgendeiner mal so mutig und schwimmt dann wieder zum Schiff hin Oder sag mal eher dumm, man statt mutig, aber trotzdem Der Zombie, was macht ihr da alle, ey? Erlöst die von ihren Qualen Äh, was ist das, Alter? Voll verpackt Kann man zwischen den unteren Pfeilern durchfahren? Ich würd nicht zu nah dran fahren An die Pfeiler Ach, hier unten schwimmen welche im Wasser Die spawnen ja wegen den Spots da oben, ey, das ist komisch Oh, man kann echt durchfahren Oh mein Gott, ich hab geschossen Na super Kann sich nur um Sekunden halten, bis ich tot bin Hallo, du bist doch voll schnell auf dem Bootland unterwegs, wie kann man dich treffen? Jaja Oh, kein Heli hier diesmal Von wo hat der Spicker geschossen? Von wo hat der Spicker geschossen? Alter, wieso spawnt bei mir nix? Der nächste wohl nix? Ich bin nicht mehr da Ich bin nicht mehr da Und da ist kein Heli Ich bin nicht mehr da Ach, dass ich nicht mehr da Ich hab das Ich hab das Ich hab dich mal mal von hier oben. Oh, hat der Ficker geschossen. Jetzt hat die nächsten Mal Zombiespun eingesetzt. M. So, wo bist du? In der Seraya Army Base. Ach, oben braucht er ich mehr. Ich will auch mal so mit hier. Wo ich da ankomme. Ich war vorher bei der Southern Army Base. Also ich bin hier schon näher dran als vorne. Ja, da vorne ist was gespawnt, okay. Von ganz weit hat jemand noch nicht geschossen. Auch mit einer SA, glaube ich, jemand verspawlen soll. Boot? Boot oder was? Wäre ich hoffen können. Ich dachte, ich höre weiter mal. X oder so. Hängen noch bestimmt noch welche rum. Lauf direkt mal höher. Das Auto auch. Komm, willst du die Hochzombie? Naja, wir müssen die alleine nach. Oh, Ruckel. Nein, nein. Ich trau. Nein, nein. Ich trau. Dieser Ring. Komm ja nicht um die Ecke, Zombie. Moin. Schleich dir einen ab, ja. Dann nehm ihn halt nicht, Idiot. Irgendwie möchte da entweder das Spiel gerade nicht mehr mehr, oder das Server. Oh, ich hab voll Verzögerung und so ein Kabel. Voll gelöst. Ja. Ja. Achso. Achso. Was liegt denn da? Ich sag nicht, dass es eine Drago noch und die Muni hab ich mir nicht. Nein, die Venturas. Boah, das wäre jetzt ehrlich gewesen. Und die Muni hab ich auch nicht, aber trotzdem. Oder? Ne, ich hab nur Kaskar. 12,7 x 108 mm. Das braucht die Venturas. 9 x 39 mm. Das ist ein bisschen kleiner. Aber auch nur ein bisschen. Elitgebiet. Alter. Standbilder. Jetzt hab ich die auf ner Malz immer noch. Na. Typical. Reinkommen und schießen. Punktwort Höhenmeter noch. Okay, wo bist du da? Oben auf dem Berg. Nach Objekt. Achso. Aber auf der anderen Seite von dir, ne? Mhm. Schau mal zu dem Heli da oben. Oder liegt vielleicht so noch irgendwas. Zuerst mal ne Sniper gefunden, dann hab ich keine Muni. War irgendwo noch? Nee, die VSS Venturas. Ach, die Scheißwaffe. Ja. Wäre trotzdem besser als keine Sniper, aber... Fall keinemann. Stimmt, allerdings. Kann er denn hier immer noch? Kann er denn hier immer noch? Muss doch scheiß langsam hochlaufen. Da sind bald die Bitches. 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 Oh, AKM macht. Ah ja, das will ich haben. Hauptzombie! Nein, nicht hauen. Nicht hauen. Nicht hauen. Alter. Hm. Ach, das will ich mal. Ach, das ist ein bisschen hinweg. Lass mich hier wohl, Somi. Leave me alone. Geh mit auf den Kekso. Glück, du. Ich hab dich gewarnt, Somi. I warned you. You are dead. Was haben wir denn da? AKM mag, aber nicht hab ich. Oh, ist aber hier. MK48 Mod. Welche Muni braucht die? 100 round. Ich hab... Glaubst du, das ist die, die im Backpack weglegt? Nee. Ich glaub nicht. Aber ich bin nicht sicher. Hallo. 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 Joa, nigga. Oh, Mann. Yo, was up? What's up? Yolo. Yolo? Yolo. Yolo. Ich hab' nie gefunden. Also geh' ich jetzt von mir vor. Es ist wie Doris. Okay. Ach ja. Yolo. 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 Was pack' ich denn dann dafür jetzt raus hier? Hmm. Das kommt raus. Das kommt raus. Das kommt raus. Das kommt raus. Oh, und ich bin... Joa-rel... Hm. Dann gucken wir doch mal ab. Vielleicht find ich ja da was Tolles. Geht la lural La lural Ah, dreht rum Jetzt ist sogar der Ralf mit dem Ding Bis auf einen wahrscheinlich, oder? Nein, ich glaube der hat die Enfield Muni und eine AKFS, okay Was ist denn hier? Der fährt, ich habe einen Jodl Komm, rumgefahren, direkt mitten durch das Objekt durch Mach mal Jodl Tours Na, der sie Jodl Tours Hier ist in der PSO Jetzt haben sie doch nicht zu mir gerannt, oder? Ja, ist ja nicht Die war in der Karre Und hier ist in der Moment, oder? Kommt doch zu mir, okay Wo ist die andere Karre? Hier ist noch irgendwo eine Karre, ich sehe sie nicht Jetzt vielleicht auch ein Pfeifer hier Lass mich in Ruhe zusammengehen Ich hab dir nichts getan Ich hab dir nichts getan Kannst du gerade aussehen nach der Karre? Ja, mal Dann fahr ich zu der Reihe wieder. Bist du schon am Weg wieder zurück oder? Was? Ne, ich bin jetzt noch wieder hingelatscht. Oh, ich geh jetzt oben auf das Gebäude drauf da. Wenn du jetzt hier hinkommst, dann guck ich, dass ich zum einen überlebe und zum anderen auf das Gebäude. Ja, wo du den Pfeil hattest mit so einem Kollegen da. Bist du der Jurel da? Haha, ich doch nicht. So ein reinspringender Jurel kann es nicht sein. Also unten in der Barakke ist noch eine AK PSO, diese AK Sniper. Mit Muni auch. Wenn du die haben möchtest. Jo. Wie gesagt, die ist unten in dem Barakke, nicht hier. Ach so, ist hier nichts drin? Ne, hier ist gar nichts. Okay. Ich komm direkt. Ja. Aua. Ah, scheiße. Willst du gehauen? Aua. Ja, dick hart. Warte, ich muss raus. Blut sowieso. Ging Schwein blutig. Aus dem Kopf. Ja. Ja. Ja, nimm du die Karren und fahr in den Brunner, ich kann hinlaufen. Ja... Ja. Ich bekomme hier ein paar. Ja... Ja. Ja. Ich bekomme hier zwei. Oh, stopp! Die Fällen rettet auch noch. Die Wettbewerbe, in der ja? Ich glaub das war auch so jemand. Hast du schon gedacht. Das war nicht mal 6, sondern das ist ja... In der, genau, in der ganz am Eingang, die... Nee, in der nicht, wo du bist. In der da, in der andere. Oh, da hieß der andere. Stutz an B. Oh, ist aber AK Muni. Ja, da vorne wär auch, ich glaub mindestens 2 oder 3. Oder so, ich hab so was. Ich hab ne AKM, und halt die VSS Vindore. Und ich hätte hier noch, im Rucksack, hab ich, also ich jetzt im Auto, gibt es noch AK-ASD Muni. Im Auto gibt's sowieso noch ein bisschen Kram. Ne AKM und ne AKS. Ich glaub ich brauch keine, die AKPS-Ding jetzt gar nicht. Warte mal. Wobei... Ja doch, das ist um, dann wechsle ich um auf die andere. Leg das Magazin ab! Mein Gott, ey. Alter Belli, ey. Alter Belli, ey. Dann war ich die MK-Mod. Recht nett. Okay. Wo ist das Ding jetzt? Hinten noch da. Hinten noch da. Ja. Einen Loot-Pile vorher waren irgendwie nur AK Muni. Und wie gesagt, im LKW haben wir jetzt einmal AK-ASD Muni drin. Einzug von mir ist halt, die Juhle hat er hart abgekommen. Oh, oh, what a bottle. Keiner mitsch. Wer are the Zombies? Alle hier, bei uns. So. Fahren Sie den Wagen vor. Wo fahren wir denn jetzt? Äh... Der Womstchen wangert, man kann halt. Ja, klar. Na durch dahin! Ja. Wahrscheinlich, wenn man ein paar Leute nutzt. Ja. Das ist Schäler? Ja. 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 Ja, ich hab das. Wie? Ja, ich hab das. Ja, ich hab das. Ja, ich hab das noch mal. M0. EHH! 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 IHH! EHH! 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 Oh! AKS-CO, M4A1, C... OH! Das muss ich für meine... Was soll ich? Was für eine... Was für eine ist das drin? Die CCO oder CZOSD? Kobra und die M4A1 CCO. Achso. Aber ich hab ja STAAH AKS-D-Money, wenn du brauchst. Ziemlich viel sogar. Brauchst du Standard des Demony? Hab ich vier Stück von. Nee, ich hab keine Standard-Waffe. Nee, 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 ich wollte die andere. Die Mod, die ist viel besser. Ich hab jetzt 300 Schuss für die Mod. Ah, ist nicht so viel Sprit drin, aber ein bisschen komisch daran. Scouter für mich. Nein, ja. Kein Kommentar. Was? Ach, nee. Warte, gleich stieg wie gestern. Die Karre hat sich jetzt schon abgestrahlt. Aber leider hab ich nicht mehr so viel Sprit. Und wenn man den Berg ohne anfahrt. Die Angel ist hart. Ach, herrlich. Das ist Déjà-vu einfach. Was soll ich machen? Maus, Alter, Maus, Maus, Maus. Ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts. Geh endlich kurz kurz, sonst geht das nicht. Ja. Da sehe ich auch nichts. Ja, wenig. Warte. Warte. Warte, danke. Muss ich von der Seite kommen, aber vielleicht läst du nicht hoch. Ich bin heute hier auf dem Kopf, da rutscht die Karre nicht so gut. Ich bin nicht auf dem Kopf, da dreht sich die Karre nicht so gut. Na ja, das hat keinen Sinn. Da dreht sich nichts. Ja. Da ist auch noch nicht viel drin. Da kommen dann noch unermitteln, aber dann kommen wir da auf. Das wird schon weg. Da, da, da. Ja. Lass mal erst mal sterben. Lass die Fahr gleich hier raus, ich habe ihn das nur einmal. Ja, komm du jetzt hier rutsch auf. Ja, hier ist hier oben. Tschüss. Kann der Inventores auf Full Automatik stellen? Ja, 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 doch. Kann der durchschießen, der ist die schnellste Sniper. Die gibt's im ganzen Arm. Hm. Sieht erstmal sauber aus, aber dann... Ja. Dann kann man sich neben den Fuel Tank da stellen? Ich glaube nicht, dass es gehen wird. Da brauchen wir, glaube ich, wirklich einen Jerry. Den wir auch nicht haben. Ah, ich denke jetzt... Ist da drüben? Ja, ja. Was machst du da, Kollege? Krieg's. Kann ich mal rausgehen? Ja, komm, ich geh mal raus. Ah, ist ein Zug draußen, Alter. Ich denke, was ist das für ein Krachlabel da? Bei mir, oder? Ne, bei mir hier draußen. Ja, wo ist das denn? Hm. Geh mal rein. Ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan. Wenn jemand irgendwo am Berg ist, dann wird er mich jetzt gleich wegschnacken. Ich geh mal ins Industrie rein. So, was haben wir denn hier? Eine Toolbox. Hm, diese ist schon mal gut. Oh. Äh... Und Jerry kann ja ganz gut. Komm jetzt auch rein. Sieht so sauber aus. Was ist denn da? Portable Solder? Ja, der ist für zerbrochene Gegenstände wie ein kaputtes GPS und sonst was. Ah, okay. Cool. Sieht aus wie ein roter... Ach, wie eine roten Art in der Tasche halt, ne? Ja, wie ein Buch oder sowas. Was hast du für eine Waffe nochmal? Ach, ja. Oh, sie sind toll. Ich geh grad in den Gunker Eingang rein. Wenn man mal ne DMR findet, dann ja. Ja, ich hab auch DMR mag. Gunker, gehst rein? Guckst du noch? Ich denke ja. Ja komm, ich geh in den Marona. Außerdem ist er geschnackt direkt. Dann macht es ja keinen Sinn mehr. Oh, wir sind Ende. Engine Parts. Ja gut. Wenn man hier rauskommt, kann man niemanden nehmen. War Raka schon geguckt oder bist du direkt im Bunker? Ne, ich bin direkt im Bunker. Okay. Ja, ich geh mal runter. Ja, geh mal runter. Kannst dir eh nix gegen tun, wenn du oben bist oder so. Ne. Hallo. Hallo. Ist hier irgendwas? Ne. Ne. Naja, ich geh mal runter. Ich geh mal runter. Da ist ein Waffenhaufen. Da ist das Wort Haufen noch nicht verstanden. Da ist da unten noch jemand. Der gerade farmt. Ist hier irgendwas interessantes dabei? Alter. Ich dachte doch, hier ist ein Waffenhaufen. Ne. 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 SON Cobra, warte mal, hier ist auch SD, boah, ich hab aber auch nur einen SD, schade. Also wenn du was brauchst, dann hier, ja. Wenn jemand die Treppe hochkommt, hört man das, ja. Ja, dachte ich mir auch so. Joa, also wenn du was brauchst, dann hier, ja. Und dir mehr mal? Ja, leider nicht. Aber ich lich jetzt hier noch ein bisschen was zu. Ich werde auch mal immer die AK wechseln, von AKM auf AKSON Cobra. Ja, glaub ich. Macht weniger Schaden, aber mir gefällt sie besser. Ich bin durch den G-17. Sehr. Okay. Ach, hier liegt ein neues Dämon hier rum. Haha. Äh, Moment. Äh, öh. Da, du. Und? Gut gefunden. Nicht. Ich ne Püde, weh. Boah. Just 10. Wir fassen rumliegen. Noch mal so'n Haufen, oder was? Ne. Gut, preiz, geil. M16 A2. Na dann. Hi. Ich geh den anderen auf Corona. So, mach mal. Oh, ich seh' hier nix. Gucken wir doch mal. Südölf. Ja, aus hier. G-26 C. Auch AKS. Noch ne G-17. Ne Saiga. Oh, wie cool. Licht. Oh. Oh, Smoke-Renades. Die kann man nicht hochwerfen. Ja, um Zombies anzulocken. Mhm. Du meinst, die Zombies, die nicht vorhanden sind, die sich im Kreis drehen? Ich hör' ganz viele Zombies, aber die machen nix. Ich sag' ja, die sind hier alle verpackt. Ähm, ja, viele Dinge, wir haben nen Bucher hier. Viel? Okay. Was solltest du eigentlich wissen? Hallo. Ich möchte Tizzo machen. Nein. Mach' mal noch. Ich geh' weg. Nee, nee, nee. Ein Krabbelhof für mich, Mann. Vorläufer. Ich hab' jedes Mal Angst bei den Armerleitern, dass man wieder runterfällt, ja. Jedes Mal. Äh. Äh. Hä? Mein Kreuz ist kaputt. Ruhe. Rück nicht. Ach, ist er alles kaputt gemacht. Äh. Ich komm' mal nimmer jetzt weg. Ja, jetzt. Äh. Boah, danke. So, warte. Kann man da hochwerfen? Guck da mal, scheiße, da hoch, Kollege. Kann man da nicht hochwerfen? Anschein' nicht. Warte. Leiter. Kann man da nicht hochwerfen? Oh. Uah. Nein. Oh. Vielleicht glittern sie alle runter. Darfst du noch nen Versuch. Ja, super. Als er nie höher fliegt. Alter, hier ist zugenebelt, Kollege. Äh. Ja, komm. Hm, ich guck mir das Schauspiel an in Ruhe. Was tut der Kollege da? Der hat ihn oben. Kannst du noch runter, bitte. Die Auslangen. Das ist mir jetzt voll vergiftet hier von der scheiß Smoke. Okay. Oh, ich hab wieder trun. Ja, jetzt hab ich ja wieder trun. Der da unten ist ja immer nichts. Einfach grandiose Stille. Go, vier Gold. So, kein Jurycan. My Value war ich. Aber wenn ich hier vorne bin. Da ist aber auch kein Jurycan. Hier liegt ne Reifen. Hier ist auch kein Jurycan. May not Jury. Doch, da vorne sind wir. Da ist ein Jurycan. Cool. Ja, wo siehst du denn Jurycan? Ach, da! Hast du Platz? Ich hab alles voll mit meinem Modding. Okay. Ich muss nur gucken. Ja, ich muss halt Muni weglegen. Genau, warte. Ich bin auch da Platz voll. Okay. Ich hab so viel scheiß Muni bei dir. Ja, oder warte. Ich hab die Karre gar nicht. Ja, wir können am besten nicht hier nachfüllen. Ja. Wenn wir irgendwo nachfüllen wollen, dann nicht hier. Ja, Brennsquare Railway. Okay, aber den Engine Part ist sehr gut. Schoss, da ist komplett zu ne? Karte! Der Engine ist nämlich hartrot. Ich müsste dann erst was weglegen. Dann kann ich den holen. Aua. Wo hab ich den gefragt? Das ist eine gute Frage. Was ist es? Ich hab nämlich keine Ahnung. Ich glaub, viel weiter nach links. Also, nicht nach links, sondern nach Norden. Hä? Ja, ja. Boah, hab ich den jetzt abgestellt. Schmäh, oder was? Ich bin da irgendwo rein gegangen. Du bist schon ziemlich weit. Reingegangen. Am Industrial bin ich reingegangen, ja. Und hier bin ich drüber. Gefahren. Hier hab ich die Tann umgefahren. Und da steht er, ja. Ach, da. Irgendwie sonnenverrückten. Schlagwortzeuger. Warte. Hä? Schlagwortzeuger. Schlagwortzeuger. So. Kann da rein. Bis gleich. Gleich. Und abladen. Kann rein, dat kann rein, dat kann rein. Dat kann rein. Los. Okay, ich fahre den Wagen vor. Nö, nö, los. Hm? Was? Warum? Bin nur jetzt fertig. Hä? Bin nur jetzt fertig. Ich kann den aber nicht anbringen. Kein. Da sind zwar sowieso noch ein Engine drin. Oh. Äh, wieso kann ich das nicht reparieren? Kann ich hier drin, dass ich mich nachguck. Dann habe ich da. Oh. Wenn ich da raus kann. Wenn ich da rausgehe. Alles. 20 RfS, ich hab doch 10 RfS Ist das trotzdem die gleiche Muni? Ja, nur das 20 Muni zu anderen Warte mal, mach dann Wo in geht's? Ja, genau das ist das, wo wir in Funnelstein Nein Zum Airfield, wenn wir jetzt noch mal gefahren Seppian Main, Seppian, da haben wir los Da ist das richtig da Ich glaube, ich fahre jetzt nach Norden Ich glaube auch Ja, aber da geht ja die Straße durch Ja, gleich kommen wir zur Serpentinen, den brauchst du mitnehmen, du kannst einfach durchfahren Was? Nein, ist ja nicht so ein Fahrrad Nein Nicht Dann gucken wir, ob das so gut ist Durch den Wald Wie karr kann das? Das hörst du eigentlich, er hat schon mal Vorprogrammiert Vorprogrammiert Wie eingeschrieben Ja, ich musste gerade noch mal auf den Besser von nach oben Das ist ja kein Problem Besser, ich dreh die Karre also gerne Ja Mal wieder Vielleicht sehen wir noch was Die Karre oder so Ja 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 Schreie Ach Ja Der Straße bleiben und den Seppian Main rechts abbiegen Ja Okay An diesen Tower da Ja 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 Bei mir wird jemand angezeigt, du hast gerade so zwei so Pfeile gehabt nach oben Ja Ja Auf deinem Ding da Ja Hm Ich hab auf meinem Ding zwei Pfeile nach oben Ich hab auf meinem Ding zwei Pfeile nach oben Ist das so weit wie Thumbs up? Oh der ist cool He is good Auf deinem Körper war halt so zwei so grüne Pfeile Vielleicht heißt das dein nächstes Ziel, was du aussteigen musst Ja dann halt meinem An Äh, musst du aussteigen und auf dem T-Refax nehmen kannst Ja, weil, klar, bei der Geschwindigkeit Hm Ich weiß dann den einen Kollegen, den wir damit mitgenommen haben Der meinte auf einmal so, als wir in der Fahrt sind und ich stehe jetzt aus Nein Warum tut er das? Hm, scheiße dich Alles koscher, Alter Äh, ich glaub, das war das Falsche Du hast doch gesagt, hier muss ich ja biegen Ja, ich wusste, dass es noch eine Straße gibt hier Warte mal Ach, da ist die andere Ja Ja, genau, da war einfach Da war einfach Hier rechts Und jetzt gleich irgendwo Rechts halten Na Da vorne auf die Straße Wo auch Wie sollte es... Da vorne rechts, ja Da vorne rechts, ja Ich hätte die Meister schon Ja Ja Leute sehen wir noch Ja, bla, drei, vier, fünf Leute noch Vielleicht haben wir Glück, vielleicht noch nicht Vielleicht kann man sich ja immer irgendwo auslocken, so Karren findet man ja überall Muss ich jetzt nicht unbedingt behalten, die Scheiße Kannst du hier ewig Nö Autos kommen und gehen Nein, die Origins nicht unbedingt so hoch wie hier Bei uns bei Origins ging im ersten Ding schneller im Arsch halt als hier Ja, denke ich schon Viel schneller Es ging eine Tanne mit dem Mural, das ist ein Arsch-Ding Komm mal hier Äh, Totospieler Totospieler, okay Ist da eine Karre irgendwo? Ich stehe immer hier in der Karre Nö Hä Wenn ich in dem Ding sitze hier Warte, hier ist doch gleich die Tanko, oder? Ich gleich Stimmt Die ist da, links Äh, da Ach, Dick Horse, hier gehen wir doch Da hab ich umgeschnackt gestern Ah, klick dich durch, klick dich durch Mach ich Mach ich Aber es ist hier nämlich nichts Hm Ich refuel auf dir Oh nein, guck Was hast du für Augen, Alter? Augen Warte, guck mich nochmal an Ähm Warte Ich hab Angst Hä? Der Bruder auf ihm, oder? Nee Hä? Guck dir nachher das Video an Okay Eigentlich soll ich einen Buller auffahren auf einem Charakter So, jetzt gleich ist die Karre halb voll, dann kommen wir los Ja, ja, komm So Wir müssen ja nicht mehr so weit Hallo Ah Guck nochmal nach innen Nein, klar Nein Ja, dann machen wir jetzt nichts Na, du bist so ein Langweiler Ja, we- Boah, hab ich schon zehnmal gesehen Hallo 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 Ähm Schau, ich hab die Oh, ich hab die Karre wirklich einfach überfahren Ja Ja Oh, wie geil wär so ein dickes Plane, Alter, hier so ein Riesendinge Frink in der Matte Die man hier auf dem Marschending gar nicht hoch kriegt Gar nix hoch Ach, die Karre ist nix mehr durch, da schauen wir mal, jetzt muss ich auch Ist aber nix los, ne Wo sind die jenigs, ne Wo sind die jenigs, ne Ja, dann, äh, ne Mal hier Nicht schnell Keine Ahnung Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwer jemanden sehen, es sind noch, ja, andere, sagen wir, ja Ja Krieg bei Null Krieg bei Null Airdrops Ja 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 Hier ist ein Bomber gestorben hier vielleicht Ich erinnere mich Oh ja Komm, schießt hier mal nach woher muss kommen Hier? Ja, ja, ist egal, irgendwo Hier war man dahin, wo ich vermutet, vielleicht noch später Oh guter, ja Im nahe Hm Hm Tutut Choo-choo, Motherfucker Ja Können wir irgendwo ein Heli auf dem Dach stellen? Bei der Zimmer Einen gefunden hat da so nen Lidlbärd Der will sich was kennen, glaube ich, hier los Ich fahr grad so oben oben in die Richtung, wo ich denke ruhig Ich hab keine Ahnung Äh, eigentlich Ja, du bist richtig Alle Wege füllen nach oben oder was? Alle Wege füllen nach oben unter Ja Vorne ist er ja schon Ich hab schon so unterstehen gefahren Muss schon mal der Straße folgen Ich musste aber auch diese Straße erstmal finden Lass mich direkt irgendwo raus, hier aufs Los Ja, ich komm wieder raus Dann haben wir die Sperrzone Bleiben Blätter ab Und der Schrank Wo ist denn das Mist? Und der Schrank Und der Schrank Da muss man noch weiter glittern, da wo man hingehen wird Und der Schrank Alter, Alter Wie hoch ist das hier? Ist immer noch nicht hier oben? Nein Nein Ich kann sie nach sehen Ich kann sie nach sehen Was ist das? Wie lange wo ich da bin? Nö Ich dürfte irgendwann am Ende der Stadt sein Ich höre nichts Schau, der hier hingestellt Immer ohne Schießen Da kann niemand Unter die hier sind Wo ich den Treff Na aber Da muss doch Wieso? Shake ich jetzt? Leise, was ist leise? Hier oben lag doch auch mal Loot Da liegt da sogar Loot Finkens Ja, wollen wir dann wenigstens wieder runterfahren Aber nicht hier oben bei Wakuta dann rumhängen Beim nächsten Mal Irgendwie möchte ich hier nicht sein Bin hier nur hingefahren, weil ich gehofft habe, dass hier noch Spieler sind Nicht auf dem Dächern bleiben hier irgendwo Super Runterfahren willst du noch? Kannst du da irgendwo in den Wald stellen hier einfach und dann Ich möchte hier nicht spawnen am nächsten Mal, ich bin da super öde hier oben Das dauert 1000 km in der Weile Das dauert 1000 km in der Weile Ja? Oh mein Gott Na deine kleine Zombiehorde Da bin ich nur ne kleine Alter, hab ich gekommen hier noch Äh, wo bist du? Ich bin doch außerhalb vom Wakuta, wo wir gerade reingefahren sind Okay 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 What is doing? Gut. Wann willst du denn überhaupt? Wenn ich jetzt einfach so hab, wann halt der Landtour alle schwer wo sind. Ja, irgendwo halt, ne? Seppian, Seppian R fiel mit Auschenreich, ne? Da ist auch immer wann eigentlich. Was? 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 Ein Zettel bin ich oben, so Ja. Was sagen, falle ich aber über Land. Es ist aber viel schneller. Das ist aber die scheiß Staubweg da. Ja, das Problem ist hier, auf Land hast du halt immer diese roten Scheiße. Ja. Na los. Ja. Das war einfach irgendwo Ausnahme hier. Das war in der Nähe von Säbchen. Ja, aber ich habe keine Lust. Du kannst Geld machen, aber ich werde noch weiter fahren. Wohin willst du denn fahren? Ja. 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 Das kann überall spannend sein. Mit Pegasus ist da nicht spannend und ihr seid spannend. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei den Army Sachen spannend ist, ist es bei 90%. Wenn wir das mal wieder spielen. Ja. 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 Also das ist immer wieder zu halben oder eben durchfahren. Wenn es da noch schwierigen ist, habe ich ja nur noch Sachen weg. Ja. Klapp. Geht ja. Engine ist repariert, Reifen Eich..... ... auf uns.. Engine ist schon wieder hellgrün. Werde Richtung Gelb. Schatz ist ja egal. Dauert, dauert. Oh mein Gott. Da ist ne Geschweide geliebensgekommen. Gegen den Baum, aber das egal. Aber trotzdem Geschweide. Verdammt. Verdammt. Habe ich gerade vor mich hergeschleift? Ja, ich glaube schon. Jetzt vielleicht so. Aber das ist nicht mehr so weit. Ja. Mhm. Fahr da einfach auf den Berg hier oben hoch. Objekt, vielleicht sein Heli. Irgendwo da stunden, aber immer Helis, ne? Das sind von den nächsten Grad. Hier rechts auf den Berg hier raus, auf diesen Berg da. Da stand glaube ich auch immer so Heli froh. Irgendwo müssen hier stehen. Ah, keine Ahnung. Wo? Oh, weiter links glaube ich. Ah, da war ein Plain. Da bin ich auch einfach so weit. Da gab es vorhin. Ja. Da bin ich schon vorbeigelaufen. Warte mal. Ja. Der ist nicht ganz am Ende. Ja. Das ist leider nicht gut. Ja, hier muss er weiter. Da hinten ist es schon. Warte. Da gibt es immer die geilsten Sachen. Oh, da steht ein Jure. Danke. Da war ein kaputt auch. Vielleicht fehlt hier denn. Ein Reifen. Ja. Hallo. Oh, rechts der Flugzeug. Ach, rechts. Lass mich mal raus. Ich hab sie in der F1 bis 14.0 gesehen, ja. Ich hab schon mal getroffen vom Zombie oder sowas. Und da liegen. Gute Zombies überall. Oder? Wunderfall. Hm. Weiß nicht. Wie gesagt, die fallen da immer runter. Ja. Eine hier runter. Aber diese Klippe da und Zombies sind zu blöd dafür. Ja. Oh, dem Flugzeug? Ja. Das ist aber voll, voll, voll flach hier. Nein, diese, diese Abhänge hier, die hier bald sind. Ja, der müsste da rutschen. Glaube ich nicht. Was ist denn hier? Ach, so eine Standardbox. Von dir, ne? Nee, die hatte ich auf jeden Fall schon mal gesehen, ja. Pfff. Uuuuh. Da. Nein, ich hab jetzt zugefallen hier gerade vorbei, Alter. Nein, du. So, warte mal. Ich guck mal noch einmal, wo es da ein Gear gibt. Halt ich vielleicht noch mitnehmen möchte. Hm. Den Airmoni nehm ich noch mit. Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Pain killers, pain killers. Ja, ich bin so weit fertig. Vorneee. Dann würde ich die Karie jetzt irgendwo an einem Berghang, so am besten hier einfach gerade ausschicken. Jo. Warteaaa años. Irm... Doch, ich... Wobei, gibt's hier nicht irgendwo einen steileren Hang dafür? Hier vorne rechts oder so? Ja, aber da rechts, genau. Ja, okay. Komm mal kurz rein, ich fahr noch ein kleines Stück da vorne hin. Das ist wirklich nur hier vorne um die Ecke. Äh, mach, 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 mach da hin. Nee, hier ist so flach, da geht nix. Da ist super öbel, da ist die nix. Da vorne einfach. Einfach nur da vorne. So, jetzt sieht man die Karre, wenn ich das so hoch... So, steil mal aus. So, und dann würde ich sagen... Tschüss, Kammer. Oh, ich bin ausgestiegen. Obwohl ich ihn mal geimpft habe. Tschüss. Da bleibst du schon stehen. Wo wärst du, wie in den Stern gefahren? Boah, die reißen wie in einen Schlüssel, Arsch, hatte er. Was war... Was ist denn da? Was ich jetzt auch noch mal hier machen möchte? Das war mal hier die... So gut, die Motte. Wusste, möchte ich ja doch noch einmal hier hin. Was sind aber dran an der Karre noch hinten Reifen, den ich sehen kann von hier aus? Ja, da. Ach, die ist auch noch silenced. Ach du Scheiße. Ich brauch zwei Schuss für den Reifen. Okay. Also ich hab jetzt zwei silenced Waffen. Ne, drei. Ich hab ne Pistole, die ist silenced, meine Sniper ist silenced und meine Nackenwaffe ist auch silenced. Na, ist nicht verkehrt. Oh. Oh, die Karre noch in die Luft fliegen, oder? Was ist denn jetzt dran? In der Luft fliegen noch? Die Marzini auch wieder voll? Ne. Okay. Oh, da ist sie. Hab sie. Oh. Die Wind, Torres? Jo. Die ist klasse, ey. Eine ist gut, ne? Ich find die nett, muss ich sagen. Ja. Ich wusste gar nicht, dass die silenced ist. Das wusste ich auch erst, als ich geschossen hab. Naja. Das macht die ganze Sache ziemlich wertvoll, finde ich. Das macht sie gut. Aber wir haben ja jetzt auch vorgestellt, das haben wir auch drückt ja, ne? Ja. Das macht das eigentlich nicht so schnell. Ich würde mich nicht mehr. Das macht es sehr gut. Das macht es sehr gut.